Er sucht sie, sie sucht ihn. Von Ilse Traut Walter. Gelesen von Peter Wachsmann. Erste Kontaktanzeige. Er sucht sie, sie sucht ihn. Ihr Name ist Renate, 44 Jahre alt und hat sich nach 25 Ehejahren von ihrem Diktator getrennt. Sie hatte die Nase voll davon, immer nur zu gehorchen und zu parieren wie ein nicht erwachsenes Kind. Sie wollte nie mehr von einem Mann gedemütigt und wie sein Eigentum behandelt werden und auch niemals mehr einem Mann vertrauen. So flüchtete sie aus der gemeinsamen Wohnung und ließ sich scheiden. Doch als sie nach einem Jahr des Alleinseins müde war, ertappte sie sich dabei, dass sie immer häufiger die Kontaktanzeigen in der Zeitung las. Manche Anzeigen waren sehr interessant und sie überlegte sich dann immer, was das wohl für Menschen sind, die ihre innersten Wünsche so einfach der Öffentlichkeit preisgeben und ob sie nicht doch mal auf so eine Anzeige antworten sollte. Aber zu ihrem eigenen Schutz redete sie sich ständig ein, dass sie schon zu alt für solche Eskapaden sei, denn sie hatte ja immerhin schon mittlerweile 44 Jahre auf dem Buckel und Vertrauen hatte sie sowieso zu keinem Mann mehr, denn das war ihr in ihrer Ehe verloren gegangen. Doch als sie wieder mal mit einem Gläschen Wein den Abend alleine in ihrer Wohnung verbrachte und die neueste Zeitung durchsah, las sie auch die Kontaktanzeigen durch. Bei einer Anzeige blieb sie hängen, diese las sie immer und immer wieder, weil sie sie faszinierte und neugierig machte. Da konnte sie es einfach nicht mehr lassen. Es war wie ein Bann, der über sie gekommen war. Sie wollte doch wissen, ob es so gute, liebe, treue Männer noch auf dieser Erde gab. Also setzte sie sich bei ihrem zweiten Glas Wein an den Schreibtisch und meldete sich auf die für sie zugeschnittene Anzeige. Sie lautete, Zuerst ließ sie den Brief noch eine Woche in der Küche liegen, denn sie war sich doch nicht ganz sicher, ob sie dieses Experiment wagen sollte. Also schlich sie jeden Tag um ihren verfassten Brief herum wie eine Katze um den heißen Brei und sagte jedes Mal zu sich selbst, es muss ja nicht heute sein, ich habe ja noch Zeit. Bis einige Tage später ihre Freundinnen vorbeikamen, um wie üblich einmal im Monat einen Kaffeeklatsch bei ihr abzuhalten. Es wurde getratscht und gelacht und nach dem dritten Gläschen Sekt erzählte sie ihnen von ihrem Vorhaben. Sie fanden es ganz toll und bestärkten sie dabei, als sie die Annonce gelesen hatten. Sie machten ihr viel Mut und waren sofort für ihre Idee Feuer und Flamme. Als sie merkten, dass sie noch zögerte, nahmen sie sich des Briefes an und wollten ihn selber zum Briefkasten bringen, damit sie es sich nicht noch anders überlegen konnte. So war eine Entscheidung gefallen und sie fühlte sich nicht schuldig für das, was danach passieren würde. Es dauerte auch nicht lange, da bekam sie einen Brief von diesem kontaktfreudigen Unbekannten, der sie gerne treffen wollte. Erst nahm sie mit ihren Freundinnen Kontakt auf und fragte sie, was sie jetzt machen sollte. Sie lachten sie aus und meinten, natürlich triffst du dich mit diesem Mann und sollte ihr dir nicht gefallen, kannst du dich doch jederzeit mit einer Ausrede verabschieden. Dieser Mann hatte ein Treffen an einem Samstag in einem Kölner Café vorgeschlagen, was ihr sehr recht war, denn dort kannte sie ja niemand. Also fuhr sie am besagten Tag in die Großstadt zu ihrem Date. Sie war sehr pünktlich und sehr aufgeregt, denn sie wusste ja nicht, wer ihr da entgegentreten würde, denn schreiben und beschreiben kann man ja sehr viel. Sie ging in das Café, von dem sie annahm, dass sie sich dort verabredet hatten. Vor der Tür stand ein gut gekleideter Herr, der ihr die Tür aufhielt. Sie war der Meinung, dass es der Ober aus diesem Café war, denn er hatte einen schwarzen Anzug an und war sehr freundlich, als sie so an ihm vorbeirauschte. Dann steuerte sie, ohne sich groß umzuschauen, auf einen leeren Tisch zu, denn sie schämte sich, dass sie auf diese Art und Weise einen Mann kennenlernen würde. Vor lauter Aufregung setzte sie sich fast neben anstatt auf den Stuhl, denn sie hatte sich in den 25 Ehejahren noch nie mit einem Mann verabredet und war auch noch nie alleine in einem Café gewesen. Endlich saß sie und wusste vor Aufregung nicht, ihre Finger stillzuhalten, also fummelte sie unentwegt an ihrer Handtasche herum, bis dieser sehr nette Mann auf sie zukam und fragte, was sie haben wolle. Sie sagte ihm, er möchte ihr doch bitte eine Tasse Kaffee bringen. Er lächelte sie sehr seltsam an und meinte, natürlich, die bekommen sie von mir. Sie empfand es als ungehörig, wie ihr sie behandelte, denn schließlich war sie doch Gast. Es war für sie selbstverständlich, dass ein Ober ihr eine Tasse Kaffee bringen musste. Doch als er ging, um ihr die Tasse Kaffee zu holen, schaute sie sich zum ersten Mal langsam in dieser Lokalität um und stellte zu ihrem Erstaunen fest, sie war der einzige Gast in diesem großen Raum. Es kam ihr auf einmal alles sehr merkwürdig vor. Ihre arme Tasche hatte daraufhin einiges mitzumachen, denn sie suchte herum und schüttelte vor lauter Unruhe alles durcheinander. In diesem Moment bedauerte sie zutiefst, dass sie nicht wie manch andere Frauen rauchte, denn das hätte sie ablenken können und würde wie eine Frau von Welt wirken. Sie hing noch ihren Gedanken nach, da kam auch schon dieser grinsende Mensch auf sie zu und stellte ihr eine Tasse Kaffee auf den Tisch. Dabei sagte er fröhlich, möchten Sie auch noch ein Stückchen Kuchen dazu? Ihr wurde es in dem Moment sehr mulmig und mit hochrotem Kopf fragte sie ihn sehr leise und schüchtern, Entschuldigen Sie, eine Frage, bin ich denn nicht in einem Café? Da sah er sie sehr lieb und lächelnd an und meinte, Nein, das hier ist kein Café, sondern ein Möbelhaus. Das Café, das sie wohl aufsuchen wollten, ist ein Haus weiter. Als er dies ausgesprochen hatte, hätte sie sich am liebsten in Luft aufgelöst. Sie spürte, wie ihr die Schamesröte ins Gesicht schoss und stotterte etwas vor sich hin. Dann sagte dieser höfliche, nette Herr auch noch, Ich dachte mir schon, als sie hereinkamen und sich so unruhig auf den Stuhl setzten, dass sie sich wohl in der Tür geirrt haben. Doch eins müssen sie mir versprechen, Sollten sie noch einmal hier in der Gegend sein und eine Tasse Kaffee wollen, dann geben sie mir bitte die Ehre und kommen sie wieder zu mir. Sie schämte sich unendlich und entschuldigte sich für ihr Versehen. Sie trank so schnell wie möglich ihre Tasse heißen Kaffee aus, wobei sie sich auch noch den Mund verbrannte, um am schnellsten und in aller Eile diesen Ort der Peinlichkeit verlassen zu können. Nach dieser Blamage hatte sie auch keine Lust mehr, in das verabredete Café nebenan zu gehen. Sie fuhr sofort nach Hause und so war ihr erstes Date geplatzt. Doch zwei Tage später rief sie der versetzte Verehrer an, um zu hören, weswegen sie nicht zu dem Treffpunkt gekommen sei. Sie erfand schnell die Ausrede, dass ihre Mutter plötzlich krank geworden sei und sie ja auch keine Telefonnummer von ihm gehabt hätte, um ihn noch schnell zu benachrichtigen. So ging das Ganze nochmal von vorne los. Sie verabredeten sich eine Woche später am Eingang vom Hauptbahnhof, denn diesen Treffpunkt hatte sie ausgesucht. Es war leider keine gute Wahl, die sie getroffen hatte, denn als sie um die verabredete Zeit vor dem Hauptbahnhof stand, sah sie jeden Mann schüchtern und lauernd an, der so um die 40 bis 50 Jahre alt war. Die meisten Männer, die an ihr vorübergingen, musterten sie eingehend, was ihr sehr unangenehm war. Sie wusste ja nicht, wie ihr Verehrer aussah. Zum Glück ließ er sie nicht lange warten. Er kam auf sie zu, stellte sich in aller Förmlichkeit vor und lud sie sofort in das nächstliegende Café ein. Er sah sehr gut aus, war gut gekleidet und hatte auch sehr gute Manieren. Es entstand sofort eine Vertrautheit zwischen beiden, so als hätten sie sich schon jahrelang gekannt. Sie verstanden sich von Anfang an gut. Nach diesem Treffen haben sie sich immer wieder neu verabredet, zum Essen oder zum Tanzen. Sie freuten sich einfach, wenn sie sich trafen. Er erzählte ihr von seinem Leben und sie von ihrem. So wuchs ihr Vertrauen von Mal zu Mal. Nach einigen Wochen, als sie wieder einmal vom Tanzen zurückkamen, nahm er sie mit zu sich nach Hause, weil sie bei ihm übernachten sollte und auch wollte. Sie waren ausgelassen wie kleine Kinder, denn jeder von beiden wusste, was in dieser Nacht passieren würde. Sie ging zuerst ins Bad, um sich für die gemeinsame Nacht fertig zu machen, und huschte anschließend schnell ins Bett. Dabei machte sie vorher noch das Licht im Schlafzimmer aus. Er ging nach ihr ins Bad, und als er sich geduscht hatte, kuschelte er sich zu ihr ins Bett. Er war sehr zärtlich zu ihr, wie sie es in all ihren Ehejahren nie erlebt hatte. Er küsste sie und streichelte ihren Körper, und nach einiger Zeit meinte er, Liebling, ich komme gleich wieder, ich hole nur noch schnell eine Flasche Sekt aus dem Kühlschrank, die ich für uns kaltgestellt habe. Dann machen wir uns es noch gemütlicher. Er machte das Nachttischlämpchen an, und in dem Moment glaubte sie ihren Augen nicht zu trauen. Sie dachte, ich sehe nicht richtig, da stieg doch dieser Kerl ohne eine Unterhose anzuhaben aus dem Bett. So etwas war ihr in 25 Ehejahren nicht vorgekommen. Da bekam sie Panik und eine riesige Angst, denn sie war in dem Moment der festen Meinung, dass er nicht ganz normal war oder dass sie sogar einem Sexgangster in die Hände gefallen sei. In ihrem Kopf liefen die grausamsten Filme ab. Sie zitterte auf einmal am ganzen Leib, und in ihrem Kopf spukte es nur noch. So packte sie in Windeseile ihre Sachen zusammen und lief davon, bevor dieser für sie jetzt entlarvte Deppe oder Sexgangster mit seiner Flasche Sekt zurückkam. Sie hatte es so eilig, dass sie noch nicht einmal merkte, keine Schuhe an den Füßen zu haben. Dies bemerkte sie erst, als sie auf der Straße war. Doch sie hätten keine zehn Pferde mehr in dieses Haus gebracht. So fuhr sie barfuß mit kreischenden Rädern und angezogener Handbremse davon. Sie kam sich vor wie Dr. Kimball auf der Flucht. In großer Eile fuhr sie zu sich nach Hause und war der Meinung, dass sie noch mal riesiges Glück gehabt hätte, seine Masche so schnell zu durchschauen. Sie konnte es nicht fassen, dass dieser doch so nette Mensch ohne sich zu schämen einfach ohne Unterhose aus dem Bett stieg. Und das vor ihren Augen. Gott sei Dank war sie ja durch die Medien und Zeitungen gut aufgeklärt. Aber so etwas Unanständiges hatte sie noch nie erlebt. Als sie dann zu Hause angekommen war, blinkte auch schon der Anrufbeantworter. Sie hörte ihren Sexgangster fragen, was denn los und warum sie denn auf einmal verschwunden sei. Sie wollte gar nichts mehr von ihm hören und löschte sofort das Band. An diesem Abend ging ihr Telefon noch etliche Male, doch sie ging einfach nicht mehr ran. Mit dieser Geschichte hatte sie abgeschlossen. Doch zwei Tage später klingelte es an ihrer Haustür und ohne etwas Böses zu denken, machte sie die Tür auf. Sie traute ihren Augen nicht. Dieser Mensch hatte doch tatsächlich die Frechheit, einfach vor ihrer Tür zu stehen. Er hatte einen riesengroßen, roten Rosenstrauß in einer Hand und in der anderen hielt er ihre zurückgelassenen Schuhe. Bevor sie etwas sagen konnte, meinte er sehr aufgeregt, er müsse mit ihr reden. Sie sagte sehr streng, da gibt es nichts mehr zu reden. Er, bitte tu mir den einen Gefallen und höre mich an. Ich verspreche dir, dich nicht anzurühren. Ich will wirklich nur mit dir reden. Danach kannst du entscheiden, ob du mich weiterhin sehen möchtest oder nicht. Das überlasse ich dir und ich werde dich dann auch nicht mehr belästigen. Sie überlegte eine Weile und ließ ihn herein. Es war eine sehr drückende Stimmung und als er anfing zu reden, vibrierte seine Stimme sehr heftig. Sie setzte sich weit weg von ihm, denn ihr ging sein pflegelhaftes Verhalten von vor zwei Tagen nicht aus dem Kopf. Er wollte von ihr wissen, warum sie so schnell die Flucht ergriffen hätte, wo sich beide doch so gut verstanden hätten. Da wurde sie sehr wütend und sagte böse, wie kannst du mich sowas überhaupt noch fragen? Er, bitte sag es mir, denn ich bin mir keiner schuldbewusst. Sie antwortete ihm mit enttäuschter Stimme, weißt du, in jedem Dorf gibt es einen Trottel und ich glaube, da wo du herkommst, warst du es, denn wie kann man denn mit nacktem Arsch aus dem Bett steigen? Sie war selber über ihre brutale Redensart erschrocken, denn diesen Wortschatz war sie von sich nicht gewohnt. Es sprudelte nur so aus ihr heraus. Er schaute sie an wie ein Weltwunder und sagte ganz leise, ich habe schon gemerkt, dass mit dir etwas nicht stimmt, denn du lagst starr wie ein Brett und ohne eine Bewegung einfach nur da. Das hat mich schon verwundert. Wie hast du denn in deiner Ehe gelebt? Es ist doch ganz natürlich, wenn sich zwei Menschen lieben, dass man den Körper des anderen sieht und liebt, mit oder ohne Makel. Das gehört doch einfach dazu. Sie erklärte ihm, dass es in ihrer Ehe nicht üblich war, sich nackt zu sehen und dass, wenn sich mal was im Bett abspielte, alles nur unter der Bettdecke und auch immer im Dunkeln geschah. Und wenn dann einer aus dem Bett stieg, hatte derjenige zumindest eine Unterhose, einen Schlafanzug oder ein Nachthemd an. So war sie es eben gewöhnt. Er hörte andächtig zu und sagte nach einer Weile, wollen wir es nicht doch zusammen versuchen? Wir hatten doch so viele gemeinsame Interessen und haben uns bis auf den seltsamen Abend doch auch sehr gut verstanden. Gib uns noch eine Chance. Ich werde dir mit langsamen Schritten dabei helfen, freier zu werden. Denn an dir hat man nicht gut gehandelt. Ich werde dich zu nichts zwingen. Ich lasse dir viel Zeit, bis du begreifst, dass du dich für deinen Körper nicht zu schämen brauchst und auch mich mit meinem Körper akzeptierst. Nach diesem Gespräch wurde sie ruhiger und kochte für beide Kaffee. Danach löste sich bei ihr die Starre, denn alles, was er sagte, leuchtete ihr ein. Aber sie wollte es noch nicht zugeben. Er blieb noch zwei Stunden, sie saßen nebeneinander wie zwei verschreckte Kinder und unterhielten sich wie zuvor, wie zwei normale Menschen. Als er wieder fuhr, war sie erleichtert. Sie ging früh zu Bett, ließ alles Revue passieren und kam zu der Erkenntnis, dass er vielleicht doch Recht hatte mit dem, was er sagte. Sie trafen sich wieder regelmäßig und die Welt war für beide in Ordnung. Er hatte ihr sehr viel Feingefühl entgegengebracht und so bekam sie auch immer mehr Vertrauen zu ihm. Sie hatte mit ihm zum ersten Mal im Leben einen Orgasmus, was für sie sehr befreiend war, denn das kannte sie in ihrer Ehe nicht. Im Gegenteil, wenn sie mit ihrem damaligen Ehemann geschlafen hatte, hatte sie anschließend jedes Mal geweint. Sie war zum ersten Mal glücklich und zufrieden. Er wollte sie heiraten, aber dazu war sie nicht bereit, denn ihre erste Ehe hatte ihr gereicht und außerdem war alles optimal. Warum heiraten? So vergingen zwei glückliche Jahre, bis eines Tages ihr lieber Freund zur Kur musste. Am Anfang der Kurzeit telefonierten sie täglich und erzählten sich gegenseitig, wie der Tag verlaufen war. Doch nach 14 Tagen wurden die Anrufe immer seltener, weil angeblich ständige neue Anwendungen nötig waren. Was sie ja auch glaubte, denn warum sollte er sie belügen? Dazu gab es doch gar keinen Grund. Als die vier Wochen Kur vorüber waren und er endlich wieder zurückkam, bemerkte sie, dass ihn etwas bedrückte, aber sie führte das auf die lange Fahrt zurück. Sie hatte etwas Leckeres gekocht und auch schon sektkalt gestellt, so dass sie ihr Wiedersehen gebührend feiern konnten. Der Abend verlief aber nicht so, wie sie ihn sich vorgestellt hatte. Ihr Freund war nach dem Essen müde und fuhr schon früh zu sich wieder nach Hause. Sie sahen sich auf einmal nicht mehr jeden Tag, denn er hatte angeblich auf der Arbeit viel aufzuholen, da viel liegen geblieben war, wie er ihr erklärte. Es war Karfreitag, das weiß sie noch heute. In dieser Nacht konnte sie einfach nicht einschlafen, denn sie hatte einen seltsamen, unruhigen Traum und auch ihr Bauchgefühl sagte ihr, irgendetwas stimmt nicht in der Beziehung, denn für Ostern hatte er noch gar nichts geplant. Sie fragte sich, was ist denn nur passiert? Bei ihnen hat sich ja alles verändert. Sie musste wissen, woran sie war. Sie konnte es kaum abwarten, bis die Nacht vorüber war. Morgens um sieben Uhr schon stand sie sehr nervös auf und machte sich schön, um ihren Freund zu besuchen, denn sie hatten ja einen Feiertag und somit hatte auch er frei. Sie wollte ihn einfach überraschen. Als sie zu seiner Haustür kam, hatte sie schon ein mulmiges Gefühl und obwohl sie einen Schlüssel für diese Tür hatte, klingelte sie. Doch er machte die Tür nicht auf. Sie wusste aber, dass er da war, denn im Flur brannte Licht und außerdem hatte sie vorher bei ihm angerufen, hatte aber, als er den Hörer abnahm, sofort wieder aufgelegt. So nahm sie ihren Schlüssel und wollte die Haustür öffnen, doch das ging nicht, denn er hatte seinen Schlüssel von innen stecken gelassen. Also klingelte sie Sturm, denn wo er in letzter Zeit doch so viel gearbeitet hatte, hätte ihm ja auch was passiert sein können. Auf einmal ging die Tür auf und ihr Freund stand im Schlafanzug vor ihr und sagte, »Wo kommst du denn schon her?« Sie antwortete darauf, »Ich habe mir Sorgen gemacht, weil du in letzter Zeit so anders warst und wollte einfach nur sehen, wie es dir geht.« »Er, du brauchst dir doch keine Sorgen machen. Bei mir ist alles okay. Ich bin nur überarbeitet. Lass mich noch etwas schlafen. Ich bin dann in drei Stunden bei dir und mach uns etwas Leckeres zu essen, denn ich habe nichts Gescheites im Haus.« Sie aber spürte seine Unsicherheit und konnte nicht verstehen, wieso er sie so schnell wieder loswerden wollte. Das hatte er doch noch nie gemacht. Hier stimmte doch etwas nicht, rauschte es ihr durch den Kopf. Sie ging in die Küche, holte aus dem Kühlschrank eine angebrochene Flasche Sekt heraus und schüttete ihr ein Glas ein. Damit ging sie ins Wohnzimmer und setzte sich seelenruhig erst einmal in einen Sessel, denn so schnell ließ sie sich nicht abwimmeln. Dann hatte sie eine Idee. Sie sagte ihm, »Ach, ich hatte ganz vergessen, einige Klappstühle mitzunehmen, denn ich bekomme ja zu Ostern Besuch und brauche noch einige Sitzgelegenheiten. Sei bitte so nett und hole sie mir aus dem Keller, denn dann kann ich sie jetzt gleich mitnehmen.« Er meinte, »Aber das muss doch jetzt nicht sein.« Doch sie bestand darauf, also musste er in den Keller gehen und die Stühle hochholen. Ihr unangenehmes Gefühl wurde immer stärker und ihr Bauchgefühl sagte ihr, »Geh doch mal die Treppe hoch und schau im Schlafzimmer nach, ob alles seine Ordnung hat.« Es zog sie regelrecht magisch die Treppe empor. Sie schaute ins Schlafzimmer, wo die Betten zerwühlt waren, aber sie konnte dort nichts weiter feststellen. Auf dem Wege zurück hörte sie auf einmal ein Geräusch aus dem Badezimmer. Sie drehte sich um und öffnete die Badezimmertür. Als sie so im Rahmen stand, blieb ihr der Verstand fast stehen, denn vor ihr stand eine splitternackte Frau, den Rücken ihr zugewandt, die sich gerade ihren Körper wusch. Sie stand wie angewurzelt da und konnte erst kein Wort herausbringen. Doch dann stammelte sie leise, aber mit Nachdruck, »Wenn Sie fertig mit dem Waschen sind, dann kommen Sie bitte runter.« Da drehte sie sich langsam um und sagte frech und dreist, »Das tue ich auch.« Sie schwankte mit zitternden Beinen zur Treppe und wollte gerade die Stufen hinuntergehen. Da stand an der untersten Stufe ihr lieber Freund. Seine Augen waren angelweit aufgerissen. Er sah aus wie ein Auto, das gerade die Scheinwerfer angeschaltet hat. Er stotterte, »Was hast du da gemacht?« Sie antwortete mit weinerlicher Stimme, »Ich habe mir deine dicke, fette Tussi angesehen.« Sie wackelte zitternd die Treppe hinunter und setzte sich wieder ins Wohnzimmer, denn sie konnte mit ihren schwachen Beinen nicht mehr stehen. Nach ca. fünf Minuten hatte sie sich einigermaßen wieder im Griff. Sie schaute ihren Freund traurig an, legte ihm seine Hausschlüssel auf den Tisch und sagte, »Mach's gut, dein Haus werde ich nie mehr betreten« und ging mit erhobenen Hauptes davon. Als sie aber in ihrem Auto saß, verließen sie alle Kräfte. Sie weinte Rotz und Wasser, so dass sie kaum noch die Straße erkennen konnte. Zu Hause angekommen, nahm sie erst einmal einige Schlaftabletten, legte sich ins Bett und weinte bitterlich, bis sie der Schlaf einholte. Dies war das Ende ihrer ersten Kontaktaufnahme. Zweite Kontaktaufnahme. Er sucht sie, sie sucht ihn. Ihr Name ist Anne, 45 Jahre alt und seit drei Jahren Witwe. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie sehr zurückgezogen gelebt. Doch jetzt verspürte sie Sehnsucht nach einem lieben, netten Partner. Da ihre Freundinnen alle verheiratet sind, kam sie sich vor wie das fünfte Rad am Wagen, wenn sie diese zu sich einlud. Ihre Freundinnen sind zwar immer nett zu ihr gewesen, aber wenn es bei ihnen eine Party gab, fühlte sie sich ohne Partner einfach nicht mehr wohl. Zu ihrem 46. Geburtstag hatte sie alle ihre Freundinnen zu sich eingeladen. Sie hatten sehr viel Spaß miteinander. Bei einer passenden Gelegenheit nahm sie allen Mut zusammen und erklärte ihnen, wie ihr zumute war, wenn sie als alleinstehende Frau zu ihnen und zu ihren Männern eingeladen wurde. Dies hatten sie vorher nie so gesehen, aber als sie es ihnen erklärte, hatten sie großes Verständnis für sie und ihre Situation. Nach allem Hin- und Hergerede sagte einer ihrer Freundinnen, kommt Mädels, wir werden jetzt alle mal überlegen, wer aus unserem Bekanntenkreis als Mann alleine ist und zu ihr passen würde, damit wir unsere liebe Anne endlich unter die Haube bekommen. Es wurde viel gelacht und man hatte auch sofort einige Vorschläge. Doch es war gar nicht so einfach, denn schließlich wollte sie nicht nur irgendeinen Mann, sondern einen, der auch zu ihr passte, was ja gar nicht so einfach war, auch wenn jede von ihnen in ihrem Bekanntenkreis suchte, wer wohl als alleinstehender Mann infrage käme. Auf jeden Fall war es ein wunderschöner Geburtstag mit der Absicht, den richtigen Partner für sie zu finden. Der eine war zu klein, der andere hatte einen zu dicken Bauch und sah aus wie ein Bauer. Ein anderer hatte eine Glatze und so hatten sie alle viel Spaß bei der Suche. Als sie am Abend alle gegangen waren und sie wieder alleine war, kam ihr ein Gedanke, warum kümmere sie sich denn nicht selbst um einen Mann? Also kaufte sie sich am nächsten Tag eine Zeitung und las die Kontaktanzeigen durch. Doch sie fand zunächst nichts Passendes. Mit der Zeit wurde es dann für sie zur Sucht, diese Anzeigen zu lesen. Und eines Tages hefteten sich ihre Augen an einer für sie sehr ansprechenden Anzeige fest. Die Anzeige lautete 66 Jahre, eine magische Zahl, denn jetzt beginnt der zweite Lebensabschnitt. Ich, Witwer, Gentleman in allen Dingen, gepflegte Erscheinung, liebevolle Art, zuverlässig, mobil, lieber Reisen, Theater und bin tierlieb. Ich suche auf diesem Weg eine humor- und niveauvolle Frau, die das Herz am rechten Fleck hat, ehrlich und treu ist, die Natur, Reisen und alles Schöne mag. Sie machte sich viele Gedanken, warum so ein Supermann nicht vergeben war. Ihr Ziel war es jetzt also, herauszufinden, woran dies wohl lag. Also schrieb sie diesem netten Gentleman, dass ihr seine Anzeige gefallen hätte und sie ihn gerne kennenlernen möchte. Wenn sie ehrlich war, habe sie gar nicht mit einer Rückantwort gerechnet, da wohl viele Frauen so einen Supermann kennenlernen möchten. Doch eines Tages kam ein hellblauer Briefumschlag ins Haus geflattert, in dem stand, dass er sich über ein Treffen mit ihr freuen würde. Zeit und Ort würden angegeben und das alles sehr kurzfristig. Da sie sich aber nicht in der Lage sah, sich alleine mit diesem Herrn zu treffen, bat sie zwei ihrer engsten Freundinnen, sie zu diesem Treffen zu begleiten. Diese sagten auch sofort zu und so fuhren sie zu dritt zu der verabredeten Stelle. Es war ein nettes Tanzlokal mit Niveau, Livemusik und künstlerischen Darbietungen. Als sie in das Lokal kamen, kam ihnen auch schon ein Kellner entgegen und brachte sie an einen sehr gemütlichen Tisch, und als sie etwas bestellen wollten, meinte er, es sei schon alles geregelt. Einen Tag vor ihrem Treffen hatte ihr Supermann kurz mit ihr telefoniert. Er wollte wissen, was sie anziehen würde, damit er sie auch sofort erkennen könne. Sie erzählte ihm, dass sie eine weiß-grau gestreifte Bluse tragen wollte. Somit war sie auch nicht so sehr erstaunt, dass der Kellner schon eingeweiht war und genau wusste, dass sie verabredet war. Nach einigen Minuten stand der Kellner wieder vor ihnen, er stellte einen Kübel mit einer Flasche Champagner an ihren Tisch und füllte ihre Gläser. Sie staunten nicht schlecht, denn sie wussten ja noch nicht einmal, wer im Saal ihr edler Spender war. Sie schauten sich unsicher um und sahen drei Tische weiter, einen sehr gut gekleideten Mann, der ihnen zuprostete. Da vermuteten sie, dass dies ihr edler Spender war, also nahmen sie die Gläser und prosteten zurück. Doch es war ihnen allen drei sehr peinlich, er hatte ja nicht wissen können, dass sie zu dritt auftauchten. Nach einiger Zeit, als die Tanzmusik einsetzte, kam dieser sehr charmante Herr an ihren Tisch und bat sie um einen Tanz. Sie stand auf und ging mit ihm auf die Tanzfläche. Dort gab er ihr erst einmal einen Handkuss, was sie sehr irritierte. Danach verneigte er sich vor ihr und nahm sie dann zum Tanzen in die Arme. Er konnte sehr gut führen, denn sie kam sofort mit ihm in den Rhythmus der Tanzmusik. Er sagte kaum ein Wort, sondern beobachtete sie und schaute ihr immer in ihre Augen. Seine Augen blinzelten und ein Schmunzeln ging über sein ganzes Gesicht, was sie sehr beunruhigte. Nachdem der Tanz zu Ende war, bedankte er sich, gab ihr wieder einen Handkuss und brachte sie anschließend an ihren Tisch zurück, wo ihre zwei Freundinnen schon ungeduldig und neugierig auf sie warteten. Sie fragten sie, na, was ist denn das für ein Typ? Sie sagte, das weiß ich nicht, er hat kaum etwas erzählt, außerdem ist er mir viel zu alt. Ihre Freundinnen waren da, aber anderer Meinung. Sie sagten, ihr passt irre gut zusammen, ihr seht aus wie Chef mit seiner Sekretärin und macht beide eine gute Figur. Nachdem die Musik wieder einsetzte, kam ihr Tänzer wieder an den Tisch und forderte sie wiederum zum Tanz auf, was ihr schon etwas peinlich war, denn sie hätte ja auch gerne mal mit einem anderen Tänzer getanzt, der nicht so alt gewesen wäre. Außerdem war sie ja auch schon auf ihren Kontaktanzeiger neugierig, der sie vielleicht schon die ganze Zeit beobachtete und sich noch nicht zu erkennen gab, weil dieser ältere Herr sie schon wieder zum Tanzen aufforderte. Vielleicht war ihr Kontaktmensch nun der Meinung, dass sie schon jemand anderes gefunden hatte und traute sich aus diesem Grunde nicht, sie aufzufordern. Solche Gedanken schwirrten ihr durch den Kopf. Da der ältere Herr aber sehr gut tanzen konnte, nahm sie seine Aufforderung wieder an und ging mit ihm auf die Tanzfläche. Als sie nach der dritten Tanzaufforderung voreinander standen, gab er sich doch als den Kontaktanzeiger zu erkennen. In dem Moment wusste sie nichts zu sagen, denn damit hatte sie nicht unbedingt gerechnet. Er holte sie den ganzen Nachmittag zum Tanzen, was er auch sehr gut beherrschte. Sie beide waren Mittelpunkt auf der Tanzfläche, denn sie waren ein auffallendes Paar. Er, ein eleganter älterer Herr mit dichten weißen Haaren und sie trotz ihres Alters viel zu jung für ihn, was sie aber später bei so einem außergewöhnlichen Herrn auch als etwas Besonderes empfand. Als das Tanzlokal schloss, lud er sie noch zum Essen ein, was sie erst überhaupt nicht annehmen wollte. Doch ihre Freundinnen meinten, wieso denn nicht, komm, wir fahren ihm hinterher und werden ja sehen, wo er uns hinführt. Allerdings war die Bedingung ihres Tanzpartners, dass sie sich zu ihm in sein Auto setzen sollte. Was sie per Du nicht wollte, aber bei all den Überredungskünsten ihrer Freundinnen gab sie auf und fuhr mit gemischten Gefühlen mit diesem Herrn. Sie landeten in einem Wald, wo inmitten ein pikfeines Restaurant stand, das nur für besondere Gäste öffnete. Sie glaube, es hieß Märchenwald. Dort bestellte er für sie ein ausgefallenes, extra zubereitetes Menü, das nicht in der Karte stand. Natürlich fragte er sie vorher, ob er für sie ein etwas außergewöhnliches Gericht zusammenstellen dürfe. Sie waren natürlich alle drei neugierig und sofort mit seinem Vorschlag einverstanden. Es hat uns köstlich gemundet. Zu unserem Essen gab es natürlich Champagner. Sie hielten sich mindestens drei Stunden in diesem schönen Lokal auf und plauderten sehr gemütlich miteinander. Es war einfach alles sehr vertraut und schön. Als es schon sehr spät war und sie nach Hause fahren wollten, gingen sie alle gemeinsam zum Parkplatz. Dort fragte sie dieser sehr interessante Mann, ob sie nicht mit ihm in die Innenstadt fahren möchte, um noch einen schönen Abend mit ihm zu verbringen. Daraufhin sagte sie, nein, das mache ich nicht. Ich bin mit meinen Freundinnen gekommen und fahre auch wieder mit ihnen nach Hause. So habe ich es immer gehalten. Er sah sehr traurig aus, aber das berührte sie überhaupt nicht. Doch ihre Freundinnen hatten das Gespräch mitgehört und meinten, warum willst du denn nicht mit ihm fahren? Von diesem Menschen hast du doch nichts zu befürchten. Sie stand schon vor dem Auto ihrer Freundinnen, um einzusteigen. Da überkam es sie, als hätte sie einen Blitz getroffen. Und ohne es vorher geplant oder selber erahnt zu haben, sagte sie plötzlich, meine Damen, ich fahre doch mit dem Herrn. Alle waren über ihre kurzfristige Entscheidung erstaunt und zufrieden. Sie freuten sich für sie und den älteren Herrn. Sie verabschiedeten sich alle sehr liebevoll. Ihre Freundinnen meinten noch zu ihrem Begleiter, er solle ja gut auf sie aufpassen, was er auch ernsthaft versprach. So fuhr sie mit ihrer neuen Errungenschaft in die Großstadt. Dort angekommen, ging er mit ihr in ein Nachtlokal, wo sie weiter tanzen konnten. Es ging bis um drei Uhr nachts. Sie haben getanzt und viel gelacht, denn er war sehr amüsant. Doch als die ersten Gäste gingen, wollte sie auch nach Hause, denn sie war es nicht gewohnt, so lange wach zu bleiben. Ihrer Bitte kam er ohne ein Widerwort nach und fuhr sie sofort nach Hause. Er setzte sie sofort vor ihrer Haustür ab und versprach, sie am nächsten Tag anzurufen. So geschah es dann auch. Er rief an und fragte, ob er sie zum Kaffeetrinken abholen dürfte. Nach kurzer Überlegung sagte sie, »Ja«, um 15 Uhr stand er mit einem wunderschönen roten Sportwagen und einem Blumenstrauß vor ihrer Haustür. Sie stand schon gespornt und gebügelt an der Tür, um sofort mit ihm loszufahren. Er war ein Gentleman, wie er im Buche steht. Er machte die Wagentür auf und ließ sie erst einmal Platz nehmen. Sie dachte noch, »Oh, wie vornehm!«, denn so etwas war sie doch gar nicht gewohnt. Als sie in der Großstadt ankamen, gab es leider beim Einparken seines Wagens ein kleines Problem. Vor seinem Wagen parkte ein mickriges, unansehnliches, verbeultes Auto, das gerade aus einer kleinen Lücke vor seinem Wagen herausfahren wollte und dabei aus Versehen sein tolles Auto antippte. Da vernahm sie von ihrem Supermann Töne, die sie ihm nie zugetraut hätte. Er beschimpfte diesen Autofahrer als Idioten und so weiter. Sie war sehr erschrocken und entsetzt, weil sie es kaum glauben konnte, dass dieser sonst so nette, feine, elegante Mann so ausrasten konnte. Ihr stieg vor Wut die Schamesröte ins Gesicht, denn der junge Mann musste ja annehmen, dass sie genauso eine Angeberzicke war wie ihr Begleiter. So sagte sie zu ihm, wenn dir dein Auto so wichtig ist, dann stell es doch am besten in dein Wohnzimmer, denn dann kann so etwas wie eben nicht passieren. Aber beleidige bitte die Menschen nicht dermaßen, die sich so einen tollen Schlitten, wie du ihn hast, nicht leisten können. Für sie war er von dem Moment an ein Mensch, der keine Rücksicht auf andere, ärmere nahm. Sie stellte sich von diesem Moment an stur und sprach kaum noch ein Wort mit ihm. Und auch, als sie in einem schönen Café saßen, kam kein nettes Wort über ihre Lippen. Sie hoffte nur auf den Moment, wo er sie wieder nach Hause bringen würde und sie ihn nie mehr sehen müsste. Als sie schneller als gedacht wieder den Heimweg antraten, da auch er von ihr enttäuscht war, weil sie nicht zu ihm gehalten hatte, fuhren sie ohne Worte wieder Richtung zu ihr nach Hause, denn der Zwischenfall hatte ihnen beiden die gute Stimmung genommen. Doch auf der halben Strecke des Schweigens fing ihr Gentleman an, um Worte zu ringen. Er sagte, pass mal auf, du kennst mich doch gar nicht. Lass mich dir doch erst einmal beweisen, dass ich gar nicht so bin, wie du jetzt von mir denkst. Gib mir bitte die Chance. Sie war allerdings nicht so schnell zu beruhigen. Doch als er dann sehr nett auf sie einredete, wurde sie zugänglicher und sie unterhielten sich wieder wie vernünftige Menschen. Bis sie bei sich zu Hause waren, hatte sie sich auch bereits beruhigt und alles war wieder vergessen. Somit fing ihre gemeinsame Zeit erst richtig an. Er holte sie fast jeden Tag ab, ging mit ihr in die teuersten Restaurants, verbrachte viel Zeit bei ihr im Haus, kochte und backte für sie und lehrte ihr viel Neues. Er zeigte ihr, wie man Gambas pult oder Austern isst, wie man Krebse knackt und leckere Soßen zubereitet. Er half ihr im Garten und fuhr mit ihr in den Urlaub nach Spanien, wo er einige Bungalows gebaut hatte. Ein Haus davon hatte er für sich behalten, wo sie dann ihren gemeinsamen Urlaub verbrachten. Es war wunderschön. Man kannte ihn überall und sie wurden beide überall sehr gut aufgenommen. Nur eine störte sie mit der Zeit. Er wohnte ca. 35 km von ihrem Zuhause entfernt. Er kam jeden Tag von 11 Uhr morgens und blieb bis um 22 Uhr abends bei ihr. Er übernachtete nie bei ihr. Sie hatten auch nie Sex miteinander. Aber das störte sie am wenigsten, da er ihr ja auch von Anfang an erklärte, warum dies bei ihm nicht mehr möglich war. Für sie war das kein Problem, denn für sie zählte nur der liebenswerte, gutmütige und großzügige Mensch. So fuhr er auch jeden Abend nach Hause, weil er in seinem Bett schlafen wollte. Allerdings eines habe sie als besonders schön empfunden. Wenn er kam und sie in seine Arme nahm, war es schöner als jeglicher Sex. Es war ein Gefühl der Geborgenheit, was sie nie kennengelernt hatte und auch nie mehr missen wollte. Meistens musste er sich dann auf das Sofa setzen und sie legte ihren Kopf in seinen Schoß. Dann streichelte er ihren Rücken so lange, bis sie eingeschlafen war. Es war für sie immer sehr beruhigend und wunderschön. Sie brauchte von da an auch keine Schlaftabletten mehr einzunehmen, denn sie konnte sich einfach fallen lassen. Was für ein schönes Gefühl. Doch leider musste er nach vier Wochen Aufenthalt in Deutschland anschließend für vier Wochen nach Campione Richtung Schweiz und Italien fahren, denn dort hatte er seinen zweiten Wohnsitz, aus Steuergründen, wie er erklärte. Es wäre ja auch alles in Ordnung gewesen, wenn er nicht jedes Mal seine Haushälterin mitgenommen hätte. Sie wurde schon etwas eifersüchtig auf diese Frau, denn, wie er ihr erzählte, war diese Frau vor zehn Jahren seine Geliebte gewesen, bis er krank geworden war. Doch er versprach ihr hoch und heilig, dass dieses Verhältnis schon viele Jahre zurücklege und dass er sie nur nicht einfach auf die Straße setzen könne, da er es ihrer Mutter am Sterbebett versprochen habe. Er sei gerade dabei, eine schöne Wohnung für sie zu suchen, damit sie endlich ausziehen könne. Und er wollte ihr für die vielen Jahre, die sie ihm den Haushalt geführt habe, auch jeden Monat eine angemessene Summe überweisen, sodass sie ein schönes Leben führen könne. So beruhigte er sie etwas, doch bei ihr blieben immer Zweifel. Eines Tages, als er mal wieder von seiner Reise zurückkam, gab er ihr ein kleines Päckchen, das sehr hübsch verpackt war, und als sie es aufmachte, war sie sehr erstaunt, denn in dem Päckchen befand sich ein wunderschöner Diamantring. Er nahm den Ring aus der Schachtel und stülpte ihr, bevor sie noch etwas sagen konnte, diesen Ring über ihren Finger und sagte, er passt ja wie für dich gemacht. Das ist dein Verlobungsring, denn wir werden uns am Wochenende verloben. Lade deine ganze Familie und deine Freunde für Freitag ein, dann werde ich allen bekannt geben, dass wir heiraten werden. Er habe auch schon eine Wohnung für seine Haushälterin gefunden, die sie jetzt einrichten werden, denn sie soll sich in ihrer Umgebung wohlfühlen. Sie war mehr als überrascht, sie konnte kaum was sagen, denn sie kam sich wie überrollt vor, damit hatte sie nicht gerechnet. Er fragte nicht vorher, er fackelte nicht lange, er bestimmte einfach, was sie sehr verwunderte, doch sie ließ es sich nicht anmerken, denn er hatte es ja nur gut gemeint. So zumindest redete sie es sich ein und außerdem war alles mit ihrem früheren Leben nicht zu vergleichen. Er schmückte die Wohnung und machte den Kamin an, dabei verbrannte er sich die Finger, denn in die Holzumrandung vom Kamin gravierte er beide Vornamen ein. Er schleppte kistenweise Champagner heran, doch sie konnte sich nicht mehr durchringen, ihrer Verwandtschaft und ihren Freunden diese Nachricht mitzuteilen und so habe sie auch für den Freitag weder ihre Verwandtschaft noch ihre Freunde zur Verlobung eingeladen, weil sie selber sehr unsicher war, obwohl sie ihn sehr mochte, aber heiraten kam für sie nicht mehr in Frage. Außerdem schien alles für sie sehr überstürzt und undurchsichtig. Er gab niemals preis, wie alt er wirklich war. Zudem machte sie sich auch stets Gedanken darüber, dass er sie ständig kontrollierte, denn wenn er in Kampione war, rief er sie mindestens vier bis fünf Mal am Tag an und wollte immer genau wissen, was sie machte oder noch vorhatte. Es war wie eine Kontrolle. Wollte sie mal zu einer Freundin gehen oder zu ihrer Schwester fahren und es ihm vorher erzählte, bettelte er so lange, bis sie ihm versprach, zu Hause zu bleiben, weil er sie doch anrufen wollte, um ihre Stimme zu hören. So ging es die ganzen Wochen, Tag für Tag, wenn er nicht in ihrer Nähe war. Dazu kam noch, dass sie nie alleine einkaufen gehen konnte. Entweder kaufte er alle Lebensmittel alleine ein und brachte sie mit oder er begleitete sie und hielt ihr die Hand sogar dann, wenn sie den Einkaufswagen schob, so dass sie noch nicht mal in der Lage war, sich alleine ein Pfund Mehl aus dem Regal zu nehmen. So lieb er war, aber so nervig war es mitunter dann auch. Trotzdem mochte sie ihn sehr. Er war für sie ein Beschützer, der auf sie aufpasste. Eines Tages, als er wieder in Campione weilte, rief er sie an und meinte zu ihr, was wäre es schön, wenn ich dich jetzt bei mir hätte. Das Telefongespräch war kaum zu Ende, da packte sie schnell eine Tasche mit Sachen und machte sich eine Stunde später auf den Weg zu ihm, was sie ihm natürlich vorher nicht mitteilte, denn es sollte eine Überraschung werden. Sie war voller Euphorie und Tatendrang, obwohl sie diese Strecke noch nie gefahren war. Sie wollte zu ihm und ihn einfach nur überraschen und kein Mensch hätte sie von dieser doch so wahnsinnigen Idee abhalten können. Sie schaute in den Atlas und fuhr einfach drauf los, ohne zu überlegen, dass in der Schweiz schon Schnee lag. Sie hatte auch keine Schneeketten dabei und ihr Auto war für die Winterzeit gar nicht ausgerüstet. Aber all das vergaß sie in ihrem Übermut, weil sie ihren Schatz einfach überraschen wollte. Als sie durch die Schweiz fuhr, fing es an zu schneien und über dem Pass lag so viel Schnee, dass sie fast keine Straße mehr erkennen konnte vor lauter Schneegestöbern. Sie glaubte schon selber nicht mehr daran, dass sie es bis Campione schaffen würde, sondern in dem Schneegestöber liegen bleiben würde, denn in der ganzen Zeit sah sie weit und breit kein Auto. Außerdem war es auch mittlerweile mitten in der Nacht und sie war todmüde von der anstrengenden langen Fahrt. Morgens um drei Uhr las sie das Schild Campione. Sie weinte vor Freude, dass sie es geschafft hatte, denn ihre Nerven machten nicht mehr mit, es war einfach zu anstrengend gewesen. Da sie zwar seine Adresse hatte, aber nicht mehr in der Lage war, diese zu suchen, probierte sie es per Telefon, doch er nahm den Hörer nicht ab, was ja auch verständlich war, denn es war ja mitten in der Nacht. So hielt sie am erstbesten Hotel an, dort staunte man nicht schlecht, als man sie mitten in der Nacht so fix und fertig mit rot geschwollenen Augen an der Rezeption stehen und nach einem Zimmer für eine Nacht fragen sah. Ohne große Worte oder Fragen gab man ihr ein schönes Zimmer mit einer Badewanne, wo sie noch in der Nacht ein heißes Bad nahm, denn sie war steif vor Kälte. Doch vorher bestellte sie sich noch eine Karaffe Rotwein, ging anschließend erschöpft und zufrieden ins Bett und war auch sofort eingeschlafen. Das, was sie leichtsinnigerweise riskiert hatte, hätte ja auch ganz schön in die Hose gehen können. Im Nachhinein war sie sogar stolz auf sich, denn welche Frau hätte diesen Mut gehabt und wäre 1500 Kilometer zu ihrem Freund gefahren, um ihn zu überraschen. Am nächsten Morgen rief sie von ihrem Zimmertelefon die Rezeption an und gab die Telefonnummer ihres Freundes durch, mit der Bitte, ihn anzurufen, damit er wusste, wo sie sich befand und sie abholen konnte. Eine halbe Stunde später ging ihr Zimmertelefon, am anderen Ende war ihr Schatz. Er war außer sich vor Freude. Er konnte es gar nicht glauben, dass sie da war, wo sie doch erst am Mittag noch miteinander telefoniert hatten. Als er ins Hotel kam, um sie abzuholen, und sie sah, drückte und küsste er sie, als wenn er sie nie mehr loslassen wollte. Sie hatten wunderschöne zwei Wochen. Sie gingen jeden Tag am Gardasee spazieren und in den schönsten und teuersten Hotels Kaffee trinken oder Mittagessen. Es war einfach wunderbar. Doch alles nimmt einmal ein Ende, und so fuhr sie mit einem schönen Gefühl der Geborgenheit wieder nach Hause. Er musste noch einiges erledigen und wollte 14 Tage später nachkommen. Doch er kam nicht, denn einige Tage später bekam sie von seiner Haushälterin die schreckliche Nachricht, dass ihr lieber Schatz an einem plötzlichen Herzinfarkt gestorben war. Er war ein Mann von Welt gewesen, den sie in ihrem Leben nicht missen möchte, denn so jemanden trifft man nur einmal im Leben. Er war ein außergewöhnlicher Mensch. Auch wenn ihr außer seinem Verlobungsring und den Erinnerungen nichts nach seinem Tod blieb, möchte sie doch nie auf so einen wunderbaren Menschen verzichtet haben. Er brauchte sie nur in seine Arme zu nehmen, und schon war sie der ruhigste und zufriedenste Mensch auf dieser Welt, so als wenn man sie hypnotisiert hätte. Dies war das Ende ihrer Kontaktanzeige. Dritte Kontaktanzeige. Er sucht sie, sie sucht ihn. Ihr Name ist Anita, 55 Jahre alt. Seit ihr Ehemann, der 15 Jahre älter war als sie, vor zwei Jahren verstorben war, möchte sie nach ihrer zweijährigen Trauerphase noch einmal mit einem Mann glücklich zusammenleben. Deshalb habe sie sich entschlossen, auf eine für sie zugeschnittene Kontaktanzeige zu schreiben. Die Anzeige lautete, Ich bin kein Auslaufmodell, sondern ein gut erhaltener, sympathischer Mann mit Humor und Herz, der dir gerne sein Herz für immer schenken möchte. Ich bin 69 Jahre alt, Nichtraucher, schlank, sportlich, habe blaue Augen, Suche fröhliche, attraktive, schlanke Partnerin. Die Erfahrung, die sie mit ihrem viel älteren Mann gemacht hatte, war für sie das schönste und beste auf der Welt. Sie wollte nach ihrem lieben, älteren, sympathischen Mann, mit dem sie 13 Jahre verheiratet war und ein wunderschönes Leben hatte, keinen jüngeren Mann haben. Deshalb suchte sie sich die Anzeige mit dem ältesten Mann aus. Sie schrieb ihm in einem Brief, dass sie sich gerne mit ihm treffen würde und gab ihre Telefonnummer an. Am nächsten Abend erhielt sie schon einen Anruf von diesem Mann. Er hatte eine sehr nette Stimme und erzählte viel von sich. Sie war auch nicht abgeneigt, ihm Rede und Antwort zu stehen. Sie lachten bei ihrer Unterhaltung viel und nach einer Stunde Telefongespräch hatten sie das Gefühl, dass sie sie schon lange kannten. Sie wollten sich so schnell wie möglich treffen. Sie bestimmte den Ort und die Uhrzeit. Er wohnte 110 Kilometer von ihr entfernt, was auf die Dauer zwar ein Problem werden würde, das war ihr klar, aber seine unwiderstehliche Stimme hatte es ihr angetan. Sie freute sich auf ihre erste Verabredung. Drei Tage später war es dann soweit. Sie putzte sich heraus, damit sie einen guten Eindruck bei ihm hinterließ. Mit einem guten und doch auch angespannten Gefühl fuhr sie circa zehn Minuten vorher zu dem verabredeten Lokal, denn sie wollte vor ihm dort sein. Schon mal eine Tasse Kaffee bestellen und diese auch gleich bezahlen, denn wenn er ihr nicht gefallen würde, wäre sie mit einer Entschuldigung sehr schnell wieder verschwunden. Sie fuhr gerade mit ihrem Wagen auf den Parkplatz des Lokals und stieg aus ihrem Wagen. Da kam ein graues, älteres Auto um die Ecke gefahren und als sie den Typ in dem Auto sah, der kaum über das Lenkrad sehen konnte, bekam sie einen Schrecken. Sie sagte zu sich selber, Lieber Gott, lass es bitte nicht den Mann sein, mit dem ich verabredet bin, denn was sie da sah, entsprach nicht im Entferntesten ihren Vorstellungen. Sie zauderte einen Moment, ihre Gedanken sagten ihr noch, das wird er nicht sein, denn so kann man sich in einer Stimme doch nicht täuschen. Da parkte er ja auch schon grinsend seinen Wagen neben ihrem. Sie stand wie angewurzelt an ihrem Wagen und wusste nicht, was sie tun sollte. Als er aus seinem Wagen geklettert war, lächelte er sie an, gab ihr die Hand und stellte sich vor. Er fragte sie, ob sie die Dame sei, mit der er sich verabredet hätte. Sie wäre am liebsten in den Erdboden versunken oder hätte Nein sagen wollen, doch das wäre nicht in Ordnung gewesen, denn schließlich war dieser ältere Herr immerhin 110 Kilometer gefahren, um sie zu sehen. also sagte sie sich, Anita, Kopf hoch und durch. Sie war so irritiert, dass sie ihm automatisch ihre Hand gab und sie dabei überlegte, wie sie diesen Typ ganz schnell wieder loswerden könnte. Er sah aus wie ein Bauer, er hatte eine beige Korthose mit einem karierten Hemd und eine Lederweste an. Sie konnte vor Schreck nichts sagen und dachte, was mache ich jetzt mit ihm? Sie kann doch mit diesem Mann, der so angezogen ist, nicht in ein so edles Restaurant gehen. In ihrem Kopf wirbelte alles durcheinander. Da hörte sie, wie er sie fragte, ob er den Blazer anziehen solle, den er im Wagen hängen hatte oder so, wie er war, mitgehen könne. Als sie sich ihn so von oben bis unten anschaute, dachte sie, es bringt sowieso nichts mehr, ob mit oder ohne Blazer. Und ihr war auch schon sowieso alles egal. Also sagte sie zu ihm, sie können ruhig so bleiben, denn für sie war jetzt schon alles zu Ende. Doch als sie einige Schritte auf das Lokal zugingen, meinte sie zu ihm, sie glaube, es sei doch besser, wenn er seinen Blazer anziehen würde. Er schaute sie erstaunt an und sagte, nein, jetzt will ich nicht mehr. Ihre Antwort darauf war, dann lassen sie es eben bleiben. Er schaute sie forschend und grinsend an und meinte dann, in Ordnung, ich werde ihn ihnen zuliebe anziehen. Er ging zu seinem Wagen zurück und zog sich seinen Blazer über. Es kam ihr wie ein Kräftemessen vor. Als sie in das Lokal eintraten, suchte sie einen Tisch in einer Ecke aus, wo man sie nicht gleich sehen konnte, denn es wäre ihr sehr peinlich gewesen, wenn sie Bekannte mit ihm beobachtet hätten. Als sie an dem Tisch saßen, bestellten sie sich zuerst einmal ein Kännchen Kaffee. Danach bestellte er für sie eine Karaffe Rotwein. Trotz ihrer schlimmsten Befürchtungen hatten sie sehr nette Gesprächsthemen. Sie aßen dort auch noch zum Mittag und die Zeit verging so schnell, dass sie es kaum bemerkten. Er war ein außergewöhnlicher Unterhalter. Als sie aus dem Lokal gingen, hatte sie ihm gegenüber ein schlechtes Gewissen, weil er von so weit hergekommen war und sie fest davon überzeugt war, dass sie sich nie mehr wiedersehen würden. So fasste sie sich ein Herz, denn irgendwie tat er ihr auch leid und sie fragte sich, ob er noch Lust hätte, bei ihr zu Hause eine Tasse Kaffee zu trinken. Er war über ihren Vorschlag sehr erfreut und so fuhren sie zu ihr nach Hause. Er fuhr mit seinem Wagen hinter ihr her. Bei ihr angekommen, tranken sie noch Kaffee, sie hatte einen Tag vorher noch Kuchen gebacken, den sie ihm anbot. Wie er ihr erzählte, war er ein leidenschaftlicher Kuchenesser und ihr Kuchen hätte ihm besonders gut geschmeckt. Da packte sie ihm noch einige Stücke für zu Hause ein, denn er tat ihr leid und sie schämte sich für ihr anfängliches Verhalten. Zwei Stunden später machte er sich wieder auf den Heimweg, denn er hatte ja noch 110 Kilometer vor sich, bis er zu Hause war. Sie verabschiedeten sich sehr freundlich, ohne ein Wiedersehen auszumachen. Sie war froh, als der Tag vorüber war und nahm sich vor, so schnell nicht mehr auf eine Anzeige zu schreiben. Doch am nächsten Morgen klingelte bei ihr das Telefon. Sie konnte es kaum glauben. Ihr Verehrer vom Vortag rief an und wünschte ihr einen schönen Tag. So ging es eine ganze Zeit lang und sie regte seine verzaubernde Stimme immer wieder an. Nach circa einem Monat klingelte es an ihrer Haustür und als sie öffnete, lag ein riesengroßer Blumenstrauß vor ihrer Tür. Sie schaute sich nach allen Seiten um, doch sie sah niemanden. Dann prüfte sie den Blumenstrauß, ob vielleicht eine Karte befestigt war. Doch es war keine Karte angeheftet, so steckte sie die Blumen liebevoll in eine schöne Vase und war neugierig, was sie für einen Verehrer hatte. Voller Ungeduld wartete sie tagelang auf ein Zeichen, doch sie bekam keins. Doch einmal in der Woche bekam sie diesen wunderschönen Blumenstrauß, die ganze Angelegenheit machte sie schon ganz schön neugierig und unsicher, denn sie wusste nicht, welchen Verehrer sie hatte oder wer wohl so vernaht in sie war, sich aber nicht zu erkennen gab. Dann kam der Valentinstag. Um 15 Uhr klingelte es an ihrer Haustür und als sie die Tür aufmachte, dachte sie, das kann doch nicht wahr sein, denn vor ihrer Tür stand ihr fast schon vergessener liebenswerter Bauer. Er hatte sich in Schale geworfen und stand schüchtern mit Blumen und Pralinen vor ihr. Höflich fragte er, darf ich eintreten? Sie sagte einfach, ja. Sie hatten einen schönen Nachmittag miteinander, denn er löste durch seine Gespräche eine ganz natürliche Atmosphäre aus. Sie bot ihm das Du an, so konnten sie viel besser miteinander umgehen. Als er wieder nach Hause fuhr, musste sie ihm versprechen, auch einmal bei ihm vorbeizukommen. Sie könne auch bei ihm übernachten, damit sie die weite Strecke nicht an einem Tag hin- und zurückfahren müsse. Er hätte für sie in seinem Haus ein separates Schlafzimmer mit Bad, das sie von innen abschließen könnte. Sie brauchte auch keine Angst vor ihm haben. Er würde ihr nichts tun. Nach vielen Wochen der Überredungskünste machte sie sich auf den Weg, denn sie hatte in der Zwischenzeit viel Vertrauen zu ihm gefasst. Er hatte ihr viel von seiner Familie erzählt, nämlich, dass seine erste Frau an Krebs gestorben sei und ihn seine zweite Frau nach zwölf Ehejahren wegen eines jüngeren Mannes verlassen hatte und sich seine Kinder auch nicht mehr hatten sehen lassen, nachdem er die zweite Frau geheiratet hatte. Es klang alles sehr traurig für sie er tat ihr leid und so nahm sie sich vor ihm zu helfen. Als sie zum ersten Mal dort war, standen zu ihrer Begrüßung Blumen auf dem Tisch und er hatte eine Flasche Sekt kalt gestellt. Sie sah sofort, wo es bei ihm haperte, also machte sie sich erst einmal über seine Küche her. Sie spülte, machte den Kühlschrank sauber und putzte die Küche. Er war sowas spontanes, wohl nicht gewohnt und freute sich wie ein kleiner Junge. Er war sehr lieb und aufmerksam zu ihr. So begann für beide eine außergewöhnliche schöne Freundschaft. Sie vertrauten einander ohne Hintergedanken. Nach einigen Monaten hatte sie dafür gesorgt, dass seine Kinder ihn auch wieder besuchen kamen. Alles war in Butter. Er war glücklich und zufrieden. Nur in einem hatte er sie belogen. Das war sein Alter. In der Kontaktanzeige hatte er 69 Jahre angegeben, aber in Wirklichkeit war er 77 Jahre alt. Als er ihr das eines Tages gestand, hatte er richtige Angst. Er meinte zu ihr, ich wollte es dir eigentlich schon eher gesagt haben, aber ich hatte Angst, dass du mich dann verlassen könntest. Daraufhin sagte sie, weißt du, eine Freundschaft hat mit dem Alter nichts zu tun. Seitdem ich deinen liebevollen Charakter kenne, könntest du von mir aus auch noch zusätzlich zehn Jahre älter sein. Du bist für mich ein Freund und Vater, dem ich alles anvertrauen kann. Es war im Grunde genau das, was sie suchte. Das Lösungswort hieß Vertrauen. So verliebten sie fast jedes Wochenende miteinander. Sie half ihm und er half ihr. Es war eine schöne Zeit. Doch eines Tages, als sie abends noch eine Flasche Rotwein getrunken hatten, bevor sie ins Bett gingen, nahm sie noch eine Schlaftablette, denn sie hatte seit zwei Tagen starke Rücken- und Beinschmerzen. So rieb sie sich vor dem Zu-Bett-Gehen noch ihre Beine mit ABC-Salbe ein, was sie am Vortage auch schon gemacht hatte, da die Salbe ihr ein wenig Linderung verschaffte. Als sie zu Bett ging, schlief sie auch sofort ein. Da sie schon seit längerem ihre Schlafzimmertüre nicht mehr verschloss, weil sie großes Vertrauen zu ihrem Freund hatte und ja auch wusste, dass er von ihr nichts mehr weiter als nur eine liebe Freundschaft wollte, waren von ihrer Seite auch gar keine Bedenken mehr angebracht. Doch in dieser Nacht wurde sie von einem plötzlichen grausamen Schrei wach. Sie war noch um Halbschlaf und hörte ein Jammern und laute stöhnen so seltsame Worte, wie sie sie noch nie in ihrem Leben vernommen hatte. Er jammerte immer und immer wieder. Mein Sack, mein Sack. Es hörte sich an wie im Märchen von Rumpelstietzchen oder so und sie glaubte, sie würde träumen. Doch dann bekam sie mit, dass in ihrer unmittelbaren Nähe ein Wasserhahn rauschte und gar nicht mehr aufhörte zu laufen, was sie sehr verwunderte, und ihrem war ein großes Badezimmer. Sie war noch nicht richtig wach, denn ihre Schlaftablette tat ihre Wirkung. Deshalb rieb sie ihre Augen, während sie überlegte, was das alles zu bedeuten hatte und entschied sich, nachzusehen, was passiert war. Beim Reiben ihrer Augen bemerkte sie, dass ihre Augen auf einmal brannten. Sie überlegte, was die Ursache sein könnte, denn es brannte immer schrecklicher und die Tränen liefen ihr nur so die Wangen herab. Doch sie konnte wischen, so viel sie wollte, das Beißen in ihren Augen hörte nicht auf. Im Gegenteil, es wurde durch das Reiben noch schlimmer. Mittlerweile wurde sie richtig wach und ihre Gedanken wurden nach und nach klarer. Das Brennen ihrer Augen konnte ja nur von ihrer Beincreme kommen, die sie von ihren Händen in die Augen gerieben hatte. Als sie noch darüber hast du denn bloß an dir? Sie fragte erstaunt Wieso? Da meinte er, er sei nachts in ihr Bett gekrochen, um nur ein bisschen zu kuscheln. Dabei sei er aus Versehen an ihre Beine gekommen und sein Säckchen hätte wie Feuer gebrannt, da er eine kurze Schlafanzughose getragen hätte. Sie war mittlerweile hellwach und konnte nur noch lachen, denn sie ahnte mittlerweile, was passiert sein konnte und sagte, siehst du, so halte ich mir die Männer vom Leib, das werde ich mir für die Zukunft merken, immer wenn ich nicht will, werde ich mir die ABC Salbe einschmieren, dann wird mir keiner mehr zu nahe kommen. Über diese Situation hatten sie später noch sehr viel lachen müssen. Sie hat es auch ihren Freundinnen und ihrer Familie erzählt, die so etwas passieren kann und alle hatten sich köstlich darüber amüsiert. Doch wie das Leben so spielt an einem Sonntag, an dem er zu ihr kommen wollte und sie auch schon den Mittagstisch gedeckt hatte und auf ihn wartete, wartete sie vergebens. Sie war schon sehr unruhig, aber auch etwas enttäuscht und böse, denn das Essen wurde schon kalt. Doch dann rief sie ihn über Handy an und auf seinem Haustelefon, doch er meldete sich nicht. Ihre Ängste wurden immer stärker, denn in letzter Zeit fühlte er sich nicht wohl. So rief sie eine Tochter von ihm an, die in seiner unmittelbaren Nähe wohnte, damit sie nachschauen sollte, was mit ihrem Vater los war. Später bekam sie von der Tochter, die auch einen Schlüssel vom Haus hatte, telefonisch Bescheid, dass ihr Papa wohl einen Schlaganfall oder Herzinfarkt bekommen hätte und schon mit dem Krankenwagen abgeholt worden sei. Ihr kamen sofort die Tränen und sie setzte sich in ihr Auto, um zu dem Krankenhaus zu fahren, wo er liegen sollte. Dort angekommen sagte man ihr, dass man in dieser Klinik für diese Krankheit nicht genug ausgerüstet sei und sie ihn in ein anderes Krankenhaus gebracht hätten, sie zur Zeit aber sowieso nichts für ihn tun könnte, da er nicht ansprechbar sei. So fuhr sie wochenlang jeden Tag in die Klinik. Wenn sie kam, füllten sich seine Augen mit Tränen, sprechen konnte er nicht, doch sie konnte in seinen Augen lesen, was er dachte. Sie wusch ihm sein Gesicht und schnitt ihm die Fuß- und Fingernägel, erzählte ihm, was alles passiert war und dass sie fest daran glaubte, dass er wieder gesund werden würde, um ihm Hoffnung zu machen. Doch von Woche zu Woche verschlimmerte sich sein Zustand. Wenn sie ihn besuchen kam, versuchte er, ein Lächeln in sein Gesicht zu bekommen, was ihm aber nicht gelang. Er verzerrte das ganze Gesicht nur zu einer Grimasse. Es tat ihr in der Seele weh, Man hatte ihn schon aufgegeben, doch sie wollte es einfach nicht glauben, denn er hatte immer so einen starken Willen und hatte ihr oft erzählt, dass er noch zehn Jahre mit ihr verbringen möchte. Sie sagte ihm auch, du musst bei mir bleiben, denn was soll ich denn ohne dich machen, sei stark und kämpfe, denn das hast du dein Leben lang getan. Doch es hatte alles nichts genützt, eines Tages bekam sie einen Anruf von der Tochter mit den Worten, wenn du Papa noch einmal sehen möchtest, musst du dich beeilen und sofort vorbeikommen, denn er liegt schon im Sterbezimmer. Sie fuhr wie eine Besessene zu der Klinik, denn sie wollte ihn doch noch lebend sehen, sie wollte es nicht wahrhaben, dass es zu Ende ging. Als sie in der Klinik angekommen war, führte sie eine Ärztin in ein Zimmer mit der Bemerkung, sie solle sich von ihm ihrem Freund verabschieden. Sie bekam einen Schrecken, als sie ihn sah. Er hing an diversen Geräten und Schläuchen und hatte die Augen geschlossen. Sie ging zu ihm, gab ihm einen Kuss auf die Stirn und küsste seine Hand. Dann streichelte sie ihn sehr liebevoll und sanft. Im gleichen Moment ertönten alle Apparate, an denen er angeschlossen war, und seine Augenlider zuckten. hatte, dass sie an seiner Seite war. Fünf Minuten später kam die Ärztin wieder und sagte, sie wissen, was dann passiert, nachdem sie sich verabschiedet haben und aus dieser Tür gegangen sind. Wir werden alle Apparate abstellen, das ist der Wille seiner Kinder. Es dauerte nicht mehr lange, dann drückte man sie förmlich aus dem Zimmer. So fuhr sie mit verweinten Augen, die kaum noch die Straße erkennen konnten nach Hause. Sie war verzweifelt und betete, lieber Gott, warum müssen die guten Menschen gehen und die Bösen lässt du leben? Sie brauchte Monate, um das zu verstehen und sie leidet heute noch darunter. Dies war eine Kontaktanzeige, die schlecht anfing, aber sehr schön war. Vierte Kontaktanzeige Er sucht sie, sie sucht ihn. Ihr Name ist Claudia. Sie hat das Alter von 55 Jahren erreicht und ist von ihrem Mann nur betrogen und belogen worden. Jetzt wurde es für sie Zeit, einen neuen Partner zu finden. Sie saß im Zug und hatte eine Zeitung in der Hand, wo auf einer Seite einige Kontaktanzeigen standen. Als sie aus lauter Langeweile diese durchgelesen hatte, fiel ihr eine besonders ins Auge. Diese lautete attraktiver Mann, 55 Jahre, so alt wie ein guter Wein und süß, 1,80 groß, schlank, dunkler Typ, selbstständig, sehr gepflegt, mit Esprit, Humor und Charme, sucht sie zum Verlieben. Sie hatte sich sofort in diese Anzeige verliebt, denn das klang ganz anders, als sie es bisher gelesen hatte. Sie schrieb sofort auf diese Anzeige und hoffte, dass dieser ihr jetzt schon sympathische Typ zurückschreiben würde. Fünf Tage später bekam sie Post, dass er ihren Brief erhalten hätte und von ihr, ihrer Beschreibung nach sehr begeistert sei. Er möchte sie schon am kommenden Wochenende treffen. Doch sie musste ihm leider absagen, weil sie für das Wochenende mit ihrer Schwester schon vor längerer Zeit eine Verabredung zum Tanzabend getroffen hatte, da sie als Krankenschwester arbeitete und einen freien Abend hatte, den sie dann gemeinsam nutzen wollten. Er war sehr enttäuscht darüber und sie musste eingestehen, was sie versprochen hatte, auch zu halten. Einen Tag vor der Verabredung mit ihrer Schwester rief diese sie an und teilte ihr mit, dass sie wegen einer schweren Erkältung mit Fieber im Bett läge und leider nicht mit ihr zum Tanz gehen könne. Sie bedauerte es sehr, denn sie hatten sich doch schon länger auf diesen Abend gefreut. So war sie für dieses Wochenende noch frei. Wieder Schicksal es wollte, rief sie ihr Kontaktmann noch am selben Abend an. Er wollte von ihr wissen, in welches Tanzlokal sie mit ihrer Schwester gehen würde, denn dann würde sie keinen anderen Tänzer mehr brauchen, da er ja gerne ihr Tanzpartner wäre. Er würde schon jetzt alle Tänze für sie reservieren. Sie musste über seine Zähigkeit lachen, doch es gefiel ihr, also erzählte sie ihm, dass ihre Schwester soeben abgesagt hätte, da sie plötzlich eine Erkältung bekommen habe und mit Fieber im Bett läge. Er tat sehr mitfühlend, was sie ihm allerdings nicht abnahm, denn in seinem Unterton lag eher eine gewisse Erleichterung, vielleicht sogar eine Freude. So machte er ihr den Vorschlag, sie abzuholen, um mit ihr den Tanzabend zu verbringen. Erst war sie sehr skeptisch, doch dann nahm sie seinen Vorschlag an. Er holte sie fuhren zu dem Tanzlokal, in das sie mit ihrer Schwester gehen wollte. Er suchte einen schönen Zweiertisch in einer Nische für beide aus und bestellte eine gute Flasche Wein. Sie verstanden sich auf Anhieb und ließen keinen Tanz aus. Sie lachten viel und er drückte sie während des Tanzens sehr zart an sich, was sie seit längerem schon vermisst hatte. Es tat ihr einfach gut. Nachdem sie Stunden später wieder Richtung Heimat fuhren, wurde ihnen beiden bewusst, dass sie sich wiedersehen würden. Er erzählte ihr auch, dass er zwar noch verheiratet sei, aber nur auf dem Papier, da seine Frau einen anderen Mann hätte und dass sie auch nicht mehr zusammen wohnen würden. Doch dass er sie immer noch unterstützen würde. Sie hätte ihn noch vor drei Tagen angerufen und von ihm 20.000 Euro gefordert, damit sie den Rest ihrer Eigentumswohnung bezahlen können, was er natürlich auch schon überwiesen hätte, denn sie wären ja schließlich 25 Jahre verheiratet gewesen und sie würde ihm auch noch ab und zu im Geschäft helfen und die Büroarbeiten machen. Das beeindruckte sie sehr, dass ein Mann, der nicht mehr mit seiner Frau zusammenlebt, so großzügig und fair war. Er muss ein wundervoll ehrlicher und großzügiger Mensch sein, ging es ihr durch den Kopf. So einen könnte sie auch gebrauchen. Also verabredeten sie sich weiterhin. Er war sehr großzügig, führte sie jedes Wochenende in ein schönes Restaurant zum Essen und alle 14 Tage zum Tanzen aus und an jedem Wochenende bekam sie einen großen Strauß roter Rosen von ihm. Ab und zu begleitete er sie auch bei ihren Einkäufen. Dann kaufte er ihr irgendwas, was sie im Schaufenster gesehen hatte und das ihr gefiel. Er war auch sehr geduldig, wenn sie sich nicht immer sofort in den Geschäften entscheiden konnte. Sie hatten vier Monate eine sehr tolle Zeit miteinander, obwohl er 40 Kilometer von ihr entfernt wohnte. Er rief sie jeden Morgen um Punkt neun Uhr an und erkundigte sich immer, wie sie geschlafen hatte. Und am Abend um 22 Uhr wünschte er ihr eine gute Nacht mit Telefonküsschen. Er war ein super Romantiker. Ab und zu fuhr sie zu ihm nach Hause und blieb dann auch über Nacht bei ihm. Er war ein guter Liebhaber und alles andere stimmte auch. bis eines Tages bei ihr ein Anruf von einer Frau kam, die sich mit dem gleichen Namen meldete wie der ihres Freundes, seine Noch-Ehefrau. Sie sagte, eins muss ich ihnen sagen, der Mann, den sie jetzt an ihrer Seite haben, das ist zwar noch mein Mann, aber ich möchte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Er hat ihnen sicher schon erzählt, dass ich auch nicht mehr bereit bin, für ihn zu arbeiten, denn nach meinem Krankenhausaufenthalt haben mir die Ärzte jegliche Aufregung verboten. Trotzdem muss ich noch etwas loswerden. Glauben sie mir, mein Mann ist nicht der, für den er sich ausgibt. Ich möchte sie hiermit nur warnen. Er lügt, betrügt und seufzt. Ich stotterte zurück, um Gottes Willen. Ich will ihnen den Mann doch nicht wegnehmen, aber er hat mir was ganz anderes erzählt, nämlich, dass sie in einer Eigentumswohnung leben und dass er sie unterstützt. Da lachte sie und sagte, das ist typisch für ihn, das stimmt alles nicht. Ich habe weder eine Eigentumswohnung noch hat er mich mit Geld unterstützt. Ich habe bis vor kurzem für zwei Monate im Krankenhaus gelegen, bin anschließend sofort für sechs Wochen in der Reha gewesen und lebe jetzt bei meinem Freund, den ich schon seit zwei Jahren kenne. Doch ich will ihnen keine Angst einjagen, ich wollte sie nur von meinem noch Ehemann warnen. Sie werden es noch am eigenen Leib erfahren. Und damit war das Telefongespräch zu Ende. Sie war nach diesem Telefongespräch sehr unruhig und durcheinander. Was sollte das alles? Sie konnte es kaum erwarten, bis ihr liebenswerter Freund an dem Abend zu ihr kam, um ihm zu sagen, was ihr passiert war und dass seine Frau sie angerufen und sie vor ihm gewarnt hatte. Als er am Abend wie immer mit einer roten Rose vor der Tür stand, machte sie ihm zitternd die Tür auf. Er sah ihr sofort an, dass etwas nicht stimmte, denn sprach sie ihn auf das Telefongespräch mit seiner Frau an. Da meinte er, Liebling, du musst nicht alles glauben, was dir meine Frau erzählt hat. Die gönnt mir nur nicht, dass ich eine so tolle Frau an meiner Seite habe und jetzt glücklich bin. Ich habe nichts mehr mit ihr zu tun, außer dem geschäftlichen, das uns noch verbindet. Bitte glaube mir und mach nichts kaputt, was gerade so schön angefangen hat. Ich werde in den nächsten Tagen zum Anwalt gehen und die Scheidung einreichen, denn sie will es auch. Trotz dieser ganzen Unsicherheit wollte sie ihm glauben, denn sie hatte sich schon so an ihn gewöhnt, an seine Zärtlichkeit, seine Großzügigkeit und seine Hilfsbereitschaft. Er nahm sie einfach in seine Arme und sie vergaß all ihre Einwände, die sie vorher noch hatte. So vergingen weitere Monate, sie verstanden sich immer besser und sie hatte keinerlei Bedenken, dass etwas nicht stimmen könnte. Von da an kam er auch immer des Öfteren in der Woche zu ihr nach Hause und blieb meistens auch die ganze Nacht. Das Einzige, was ihr nicht gefiel und was sie nicht mehr gewohnt war, war, dass sie morgens sehr früh mit ihm aufstand, weil er ja in sein Geschäft musste. Eigentlich wollte er gar nicht, dass sie so zeitig mit aufstand, denn er sagte immer, Liebes, bleib doch liegen, ich gehe unterwegs in einer Bäckerei und esse dort ein Brötchen und bestelle mir dazu eine Tasse Kaffee. Doch sie fühlte sich bei diesem Gedanken unwohl, denn sie war es von früher her aufzustehen und ihm das Frühstück zu machen. So verbrachten sie neuerdings die meiste Zeit bei ihr, denn bei ihr zu Hause fand er mehr Ruhe. Er wurde abends nicht mit Telefongesprächen von Kunden belästigt und sie kochte auch gerne für ihn, wenn er von der Arbeit kam. Zu ihrem Glück hatte sie vor drei Jahren von ihrer Oma ein schönes Häuschen geerbt, das sie nach ihrem Geschmack ausstaffierte und auch den Garten neu anlegte. So fühlten sich beide sehr wohl bei ihr. Wenn noch einige Verschönerungen anstanden, half ihr Freund ihr dabei. So planten und handelten sie gemeinsam in ihrem gemütlichen Häuschen und hatten viel Freude daran. Sie planten schon gemeinsam ihren Lebensabend darin zu verbringen, wenn er später sein Geschäft aufgeben würde. Doch erst einmal musste er seine Frau auszahlen, die ohne Rücksichtnahme nach der Scheidung sofort ihren Anteil verlangte. Da seine Geschäfte nicht mehr so gut liefen und er davon auch noch seine Frau auszahlen musste, kam er immer mehr in einen finanziellen Engpass. Zu seinem Unglück bekam er auch noch einen Herzinfarkt und musste ins Krankenhaus. Dort bekam er eine neue Herzklappe eingepflanzt. Sie fuhr vier Wochen lang jeden Tag 35 Kilometer zu ihm und blieb fünf bis sechs Stunden an seinem Bett sitzen, um ihm Hoffnung zu machen. Sie brachte ihm Essen mit, das sie gekocht hatte, denn das Krankenhaus Essen schmeckte ihm nicht. Sie backte Kuchen für die Schwestern und Ärzte und jedes Wochenende nahm sie für die Schwestern einige Piccolos mit, damit sie ihren Freund besonders gut behandeln sollten. Nach den vier Wochen Krankenhaus Aufenthalt kam er anschließend sofort in die Reha, was dem Geschäft allerdings noch mehr schadete. Er hatte zwar eine Sekretärin und einen Arbeiter beschäftigt, doch die Aufträge, die er brauchte und die er immer selber einholte, blieben aus. Als er aus der Reha zurückkam, hatte er sich mächtig verändert. Er lebte weiterhin auf großem Fuß, als wenn nichts gewesen wäre. Sie fuhren jedes Wochenende Essen, obwohl sie gerne gekocht hätte, um zu sparen, doch dies wollte er nicht. Er lud Bekannte und Freunde zu ihnen ein, obwohl er wusste, dass er den Gürtel enger schnallen musste. Eines Tages, als sie wieder mal bei ihm zu Besuch war, es war um die Mittagszeit, meinte er, ich muss heute zur Bank, um Auszüge zu holen, komm doch mit, anschließend gehen wir dann zum Italiener Essen. Sie ließ sich überreden, obwohl sie gar keine Lust hatte. Sie fuhren in den Ort, wo er wohnte und gingen in die Bank. Dort war sie mehr als überrascht, denn zwei Herren in dunklen Anzügen kamen sofort auf sie zu, begrüßten sie sehr freundlich und baten sie in ein angrenzendes Zimmer, wo sie Platz nehmen sollten. Sie war sehr erstaunt über diesen einer Bank empfangen. Erst einmal stellten diese Herren sich bei ihr vor und meinten zu ihr, wir haben schon alles vorbereitet, sie brauchen nur noch zu unterschreiben. In dem Moment dachte sie, ich träume, wieso soll ich was unterschreiben, ich will doch nichts von denen. Sie sagte, meine Herren, ich glaube, hier liegt ein Irrtum vor. Sie sah verständnislos und fragend ihren Freund an, doch dieser meinte, das hat alles seine Richtigkeit, glaube es mir, du musst nur eine Bürgschaft unterschreiben, denn sonst muss ich mit meinem Geschäft in Insolvenz gehen. Den zwei Bankangestellten sah man an den Gesichtern an, dass ihnen diese Situation etwas peinlich war, denn sie hatten nicht damit gerechnet, dass ihr Freund sie nicht informiert hatte. Doch ihr Freund meinte, es passiert dir doch nichts, denn schließlich bezahle ich die Raten für diesen Kredit und du bekommst davon gar nichts mit. Das bestätigten auch sofort die Bankangestellten. Schließlich könne ihr wirklich nichts dabei passieren, da das Geschäft ja immer sehr gut liefe, sie aber zusätzlich noch eine Sicherheit über 50.000 Euro haben müssten, um den Kredit für das Geschäft zu erhöhen. Ihr wurde es dabei sehr übel und eine innere Stimme warnte sie und sagte, tu es nicht. Doch wiederum wollte sie ihrem Freund auch helfen, denn er war doch auch immer sehr großzügig und nett zu ihr gewesen, also probierte sie noch einzuwenden, ob es denn nicht auch für die Hälfte des Betrages gehen würde und schaute in die wartenden Gesichter, die alle drei den Kopf schüttelten. Die Situation war ihr mehr als peinlich, also unterschrieb sie mit zitternden Händen diesen Bürgschaftsvertrag und ging mit einem sehr flauen Gefühl aus dieser Bank. Zum Essen zu gehen, dazu war ihr die Lust vergangen. Sie wollte nur noch nach Hause. Bei ihr zu Hause angekommen, hatte sie riesige Kopfschmerzen, erst einmal wieder fangen, denn sie bereute ihr Tun. Sie hatte in der Schule schon gelernt, dass man nie eine Bürgschaft unterschreiben sollte. Ihr Kopf dröhnte, sie war sehr verwirrt und ihre Gedanken ließen sie kaum noch zur Ruhe kommen. Doch nach einigen Wochen hatte sie diese peinliche Situation verdrängt. Sie verhielt sich wieder wie vorher und sie hatten ein schönes Leben bis Karneval vor der Tür stand. Sie kauften sich zwei Kostüme und fuhren in eine Karnevalshochburg. Dort haben sie in einem Hotel zwei Tage verbracht. Sie feierten tagelang und hatten sehr viel Spaß und als sie wieder nach Hause fuhren musste ihr Freund noch in sein Geschäft fahren, denn es hatte sich kurzfristig für den Karneval Dienstag ein Kunde bei ihm angemeldet. Am späten Nachmittag rief sie ihr Freund seiner Sekretärin erneut in die Stadt fahren würde, weil sie nicht wüsste, wie sie sonst dorthin käme, denn ihr Auto sei kaputt und sie würde gerne am letzten Tag vom Karneval noch mal feiern gehen. Er fragte sie noch, ob sie mitfahren wolle, doch sie sagte, nein, ich bin noch von den zwei Tagen geschafft und müde, ich werde früh ins Bett gehen und mich außerdem vertraute sie ihrem Freund. Das war wohl ein Fehler, wie sie später herausstellte. Am nächsten Tag kam er nicht bei ihr wie verabredet vorbei. Er rief sie an und sagte, er habe große Kopfschmerzen und müsse auch noch zu einem Kunden fahren und danach wollte er bei sich zu Hause bleiben und früh zu Bett gehen, doch er würde sie am Abend noch mal anrufen. Sie wartete am Abend auf seinen Anruf, aber der blieb aus. Sie war sehr enttäuscht darüber, doch sie wollte es sich nicht anmerken lassen. Am nächsten Morgen hatte er auch noch nicht wie sonst angerufen. So wartete sie noch bis Mittag und rief bei ihm an. Doch dort meldete sich nur der Anruf Beantworter. Dann rief sie auf seinem Handy an, aber auch dort ging er nicht dran. Und so wurde sie auch immer unruhiger. Die weiteren Stunden wollten einfach nicht vergehen. Sie schaute von Stunde zu Stunde auf die Uhr mit einem sehr unangenehmen Gefühl. Als es auf den Abend zuging und sie immer noch keine Nachricht von ihm erhalten hatte, bekam sie Panik. Vielleicht ist ihm ja was passiert und er liegt im Haus und kann sich nicht rühren, denn er hat sie doch und so setzte sie sich in ihr Auto und fuhr voller Panik so schnell sie konnte aus dem Haus zu ihm. Sie wohnten ca. 40 Kilometer auseinander. Dort angekommen klingelte sie an seiner Haustür. Doch er machte nicht auf. So nahm sie ihren Schlüssel aus der Handtasche, den sie von seinem Haus hatte und schloss die Haustüre auf. Sie fing schon im Hausflur seinem Schlafzimmer mit dem Bild vor Augen, dass er vielleicht schon tot im Bett liegen oder aber noch früh genug bei ihm sein würde, um ihn zu retten. Diese schrecklichen Gedanken trieben sie fast zur Verzweiflung. Doch als sie im Schlafzimmer angekommen war, lag ihr Freund nicht im Bett. Er war gar nicht zu Hause. So schaute sie sich genauer um und sah im Schlafzimmer einen Rock, eine Bluse und einen Büstenhalter. Die Sachen waren wüst im Zimmer verstreut. Sie bestaunte diese Sachen und legte sie ordentlich auf sein Bett und wusste sich keinen Reim darauf zu machen, denn den ersten Gedanken, den sie hatte, wollte sie nicht zulassen und so fuhr sie enttäuscht wieder nach Hause. Am nächsten Morgen rief ihr Freund sie an und fragte sie, ob sie bei ihm zu Hause gewesen wäre. Sie sagte, ja, denn ich habe mir große Sorgen gemacht und sie erzählte ihm auch, dass sie in seinem Schlafzimmer einige Frauenkleidung gefunden hätte. Da meinte er, er wüsste nichts von Frauenkleidern. Da müsse er mal seinen Sohn fragen, der bei ihm gewesen sei, denn dieser hätte dann wohl bei ihm mit einer Tussi in seinem Bett gelegen. Er würde sich den Sohn gleich vorknöpfen, denn das ginge ja nun mal überhaupt nicht. Das gebe noch großen Ärger, so seine Worte. Er stritt all ihre Vermutungen ab, und da sie keine Beweise hatte, hatte sie wohl oder übel alles geglaubt oder auch glauben wollen, was er ihr erzählte. Es war von ihrer Seite wohl selbst betrug. Er erzählte ihr noch, dass er sehr viel Arbeit gehabt hätte, dass ein Angestellter krank geworden wäre und er alles alleine machen musste und wenn er abends nach Hause gekommen wäre, sei es schon so spät gewesen, dass er sie nicht noch stören wollte. Trotzdem hatte sich etwas bei ihnen geändert. Sie wusste zwar noch nicht genau, was es war, aber seit diesem Vorfall hatte sie nicht mehr das Vertrauen in ihre Beziehung wie vorher, zumal er auf einmal auch wieder viel mehr bei sich zu Hause blieb und ihr immer neue Ausreden auftischte. So schlich sich immer mehr ein Misstrauen ihrerseits ein. Er teilte ihr mit, dass er eine neue Sekretärin eingestellt hätte, weil die andere gekündigt habe und er sie in alles geschäftliche noch einweisen müsse, was sie auch zum Teil verstehen konnte. So sahen sie sich immer seltener und wenn sie bei ihm zu Hause anrief, war meistens der Anrufbeantworter dran. Wenn sie ihn zu Hause besuchte, war er nicht mehr wie früher, er war immer sehr unruhig, abwesend und zerstreut und wenn das Telefon klingelte, ging er kaum noch ran oder er sprach nur kurz und legte auf. Wenn der Anrufbeantworter lief und eine Frauenstimme sich meldete, löschte er diesen sofort und wenn sein Handy läutete, ging er in den Garten. So fingen auch langsam bei ihr die Alarmglocken anzuleuten. Sie musste jetzt auch immer öfter an die Worte seiner Frau denken. Da sie ja nun langsam geistig wacher wurde, mehr Abstand bekam und ihn beobachtete und auch nicht mehr so leichtgläubig war, zumal sie seit einiger Zeit Telefonanrufe bekam, die unsinnig waren, denn wenn sie sich meldete, wurde aufgelegt. So wollte sie doch endlich wissen, was los war. Diese Anrufe kamen ihr vor wie Kontrollanrufe, als wollte jemand wissen, ob sie zu Hause war. So entschloss sie sich, dem allen auf den Grund zu gehen. Als wieder einmal so ein Anruf bei ihr stattgefunden hatte, schwang sie sich in ihren Wagen und fuhr, ohne sich anzumelden, zu ihrem Freund. Sie klingelte an der Haustüre, doch keiner machte auf. Da bemerkte sie, dass ich in der Küche die Küchengardine bewegt hatte. Also klopfte sie an das Küchenfenster und sagte, sie brauchen sich nicht zu verstecken, denn ich habe sie gesehen, machen sie die Tür auf, ich möchte mit ihnen reden. Es dauerte eine ganze Weile, da öffnete ihr eine junge Frau sehr aufgeregt die Haustür und sagte, er ist nicht da, aber ich habe ihn angerufen. Sie hatte das Handy noch in der Hand und meinte, er wird gleich hier sein. Sie hatte es kaum ausgesprochen, da kam ihr Freund auch schon auf den Hof gefahren und als er ihr Auto dort stehen sah, drehte er eilig um und fuhr wieder weg. So sagte sie zu sich, jetzt will ich doch wissen, was hier für ein Spiel mit mir gespielt wird. Ohne diese Frau zu beachten, ging sie an den Schalter der Garage und ließ das Garagentor hochfahren, dann stellte sie ihren Wagen in die Garage und schloss anschließend wieder das Tor, damit er, wenn er wieder vorbei fuhr, nicht sehen konnte, dass sie noch im Haus war und dann würde er Rede und Antwort stehen müssen. Sie brauchte nicht lange zu warten, schon zehn Minuten später stand er mit seinem Wagen wieder auf dem Hof und bevor er das Haus betrat, versteckte sie sich schnell hinter der Küchentür. Er kam herein und sagte zu seiner Sekretärin Hallo mein Schatz, ist die Alte weg? Da stand sie auch schon vor der Küchentür, denn sie konnte nicht glauben, was sie da hörte. Die Wut stieg in ihr hoch, wie noch nie im Leben. Sie sagte nur Nein, die Alte ist noch hier. Ich wollte nur wissen, was du für ein erbärmliches Spiel mit mir treibst. Er stand so erschrocken da, als sei ihm ein Geist erschienen und wollte sofort wieder flüchten. Da sagte sie zu ihm mit verbitterter, aber bestimmter Stimme, jetzt bleibst du auf. Da schrie seine Neue ihn an, nun sag doch was, sag ihr doch endlich, dass wir zwei schon seit Monaten ein Paar sind und dass wir uns lieben und zu ihr gewandt, lassen sie uns gefälligst in Ruhe. Er bekam kein einziges Wort mehr heraus, so überrascht und perplex war er wegen der plötzlichen Situation, dass sie das Gefühl hatte, er macht sich gleich Schlüssel, legte ihn auf den Küchentisch und sagte, hier sind die Schlüssel von deinem Haus und lass dich ja nie mehr im Leben bei mir sehen. Zu ihr sagte sie noch, ich wünsche ihnen noch viel Spaß mit diesem Betrüger und schloss die Tür von außen. Da sie in dem Moment noch nicht nach Hause fahren konnte, weil sie unter Schock stand und ihre Beine sie fast Nachbarin, die sie gut kannte und mit der beide gemeinsam schon viel unternommen hatten. Als diese sie sah, war sie erschrocken, sie bat sie herein und machte ihr erst einmal einen Tee. Danach wollte sie wissen, was vorgefallen war, denn ihre Hände zitterten so sehr, dass sie kaum die Tasse Tee halten konnte, die sie ihr überreicht hatte. Sie stotterte ihr was zusammen, bis sie alles verstanden hatte, dann meinte sie nur, ich habe es kommen sehen, denn der war doch noch nie treu und in letzter Zeit hängt er auch jeden Abend in den Kneipen rum und säuft. Seit kurzem macht hier im Dorf das Gerücht die Rede, dass sein Haus versteigert werden soll. Es haben schon einige Interessenten das Haus besichtigt. Man wusste auch zu erzählen, dass seine neue Sekretärin seine Geliebte und eine Hartz-IV-Empfängerin und Betrügerin wäre, die schon Polizei bekannt war und ihm beim Kennenlernen erzählt hatte, dass sie mehrere Häuser besaß, was allerdings nicht stimmte. Er habe erst später erfahren, dass alles gelogen war und wollte sie von ihr trennen, aber da war schon zu spät, denn er hatte ihr Vollmacht und alle Geheimcodes von seiner konnte sie über alle Gelder verfügen. Was von den Kunden über Homebanking an Geldern überwiesen wurde, hatte sie über den Geschäftscomputer auf sich übertragen und dann das Geld bei ihrer Bank bar abgehoben. Als sie noch so im Gespräch waren, klingelte es an der Tür, dort stand ihr ehemaliger Freund und bat, sie sprechen zu können, denn er hatte ja ihren Wagen dort stehen sehen. Er kam in das Zimmer gestürzt, rutschte auf den Knien vor ihr und bat sie um Entschuldigung. Seine Worte wiederholten ständig, dass er sie liebe und keine andere Frau je lieben würde oder könne. Sie möge ihm doch verzeihen, er hätte es doch nur getan, damit sie ihm sein Geld wieder zurückgeben würde und so weiter. Es war eine Farce, was sie an dem Abend noch erlebte. Gut aber, dass er so vor ihr gewinselt hatte, denn das war das Einzige, was ihr noch eine gewisse Stärke und Schadenfreude gab. Sie sagte zu ihm, für mich bist du ab heute gestorben und wage es ja nicht mehr, mir unter die Augen zu treten. Sie verabschiedete sich von ihrer Bekannten, ohne ihn noch eines Blickes zu würdigen und fuhr nach Hause und glaubte wohl, dass sie von dieser Beziehung nie mehr etwas erfahren würde. Doch sie hatte sich zu früh gefreut, denn sechs Monate später bekam sie Auszüge von der Bank mit einer Aufforderung, die 50.000 Euro Bürgschaft plus angefallener Zinsen zu zahlen. Sie traute ihren Augen nicht und war außer sich vor Wut, doch sie kam nicht mehr daran vorbei, denn ihr damaliger Bekannter hatte die Insolvenz beantragt und noch nicht einmal für einen Monat die Rate von der Bürgschaft bezahlt. So blieb sie auf ihrer eigenen riesengroßen Dummheit der unterschriebenen Bürgschaft sitzen. Hätte sie einen Anwalt genommen, würde sie diesen auch noch zusätzlich bezahlt haben müssen, denn herausstellte, waren noch 26 Gläubiger vor ihr an der Reihe, die alle Forderungen an ihn hatten. So blieb sie auf ihrer Gutmütigkeit und Dummheit sitzen. Das war ihre erste und letzte Kontaktanzeige. Sie hörten, er sucht sie, sie sucht ihn. Von Ilse Traut Walter, gelesen von Peter Wachsmann